Bist du das Pumba? Warum bist du so leise? Was ist hier geschehen? Ich denke mal, die Hüterin ist auch die Weiße Hexe. Ja. Äh, die Weiße Hexe hat irgendwo eine Kiste versteckt. Wisst ihr, wo sie ist? Ja, natürlich. Wunderschön. Ich hoffe, dass Gordian etwas verabschiedet hat, das dir helfen würde, die wunderschönen Klumpfler zu töten. Du bist unsere letzte Hoffnung, um dieses Sanctuary zu reparieren, Schwarzhunter. Ich frage schon wieder zu viel. Ach, das ist doch alles Kacke. Hör ich mal die Fähigkeit Lastesel genommen. Oh mein Gott. Wie heißt es? Lastesel genommen. Ich wollte nicht mit dir reden. Ich wollte die Kiste anklicken. Rechts. To the right. To the left. To the right. To the left. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Vielleicht schneide ich ja in der Heimstätte eine Schmiede frei später. Das haben wir ja auch freigeschaufelt, was hier war. Geh mal nach rechts. Ich mag den Eber. Ich mag den Eber. Das ist gut. Das hier ist der Ort. Habt ihr noch gute Geschichten, mein Freund? Das ist es, oder mein Name ist Turinger M. Borenstein. Wie das ist es? Aber hier ist ja nix. Ready to advance. Ready to defend. This is it for mining. Also muss ich irgendwie die Wahrnehmung höher pushen. Passiert mir total viel, wenn das Schweinchen sagt, das ist es hier. Ja. Toll, bloß eine Stärke. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es einen Zauber gibt, der die Wahrnehmung erhöht. Und scheiße, hast du wieder viele Pfeile aufgesammelt, mit denen du gar nichts machen kannst. Das alles Kram, den... Ja, gibt es. Oh, danke. Oh, danke. Weißt du, in welcher magischen Schule der ist? Ach, kacke. Weißt du... Ja, da haben wir keinen Platz mehr. Das wird auf jeden Fall die Wahrnehmung auch um eins erhöhen. Oh, das ist ja nur dieser Glückspringer buff. Kannst du auch auf gut Glück buddeln. Wenn ich die Schaufel einfach auf benutzen angebe. Wo ist meine Schaufel überhaupt? All that digging and there's nothing here. Ah. Dankeschön für den Tipp. Hm, hm. So, you found her chest. I'm sure she would've wanted you to have it. Come to the lake. I'll reveal all. Pflanze ist Vandalen. Eine dünne Lederkappe. Das ist kein Glück. Das Schwein hat mir auch gesagt, die Kiste ist hier. Ja. Gib mir Erz, damit ich schmieden kann. Eines Tages. Die Madora ist ja auch immer erst fit, wenn sie 300 Kilogramm rumträgt. Wäre voll praktisch, wenn der Heimstätte, wenn der, mein Gott, wenn der Heimstätte auch ein Händler wäre. Ah, vielleicht kommt ja später noch eine. Ich hab einfach... Ich hab einfach direkt da geguckt. Ähm. Wo die Schnauze von dem Vieh hin gezeigt hat. Ja, wie die Schnauze von dem Vieh hin das Surprisingly gettet hat. Ja, ich hab einfach gefertigt. Ja, die Schnauze von dem Vieh hin, die Schnauze von dem Vieh hin. Ja, das ist ja nicht so wichtig. Ja, der, mein Shay. Ich bin Tod. Wir werden alle 1, die Schnauze von dem Vieh hin. Wir werden also verbrefen, die Schnauze von dem Vieh hin oder die Schnauze von dem Vieh hin. Schauzen, das war wo es wiedergepowerg. Oh, jetzt so einen riesen Feuerball reinjagen. Hm, alternativ müsste das Feuer doch rüberspringen oder auch nicht. Nicht so schlimm. Ah, doch. Die haben Feuer gefangen. Und die beschwörten Kreaturen werden sie ein wenig ablenken. Geil, ey. Sie töten sich einfach selbst. Gut, dass dabei sein alles ist für EP bekommen. Moment, wer lebt hier noch? Doch, nur noch der eine. Stopp, raus aus dem Feuer. Lass es mal eben regnen. Dann heil die Dame. Wobei, du kannst ja auch eben selbst einmal bandagieren. Dann heil. Dann heil. Dann heil. Freude mit Flüssigkeiten. Band 4. Ja. Irgendwas interessantes hier. Außer ein Haufen Pilze. Ja. Nehmt den Kram ruhig mit. Das verkaufen wir alles nachher. So, wo ist der Abstieg zum Tümpel? Riesachs. Riesachs. Es enthält Perlen der Weißheit. Beim Lesen bestätigt auch das Risiko wahnsinnig zu werden. Sagt mir, was ihr wisst. Wie könnt ihr euch so sicher sein, dass die Cara von ihren Schwestern entführt wurde? Wir kennen übrigens noch einen Impf, der vielleicht dein Freund werden könnte. Vor wem lauf ihr davon, Herr Imp? Habt ihr nicht nachher schauen? Dieses Ort ist infestiert mit... immakulaten. Sie haben nur so schnell geschliffen mein Kram, als sie ihre Nose verbringten. Ihr auch, ihr wisst. Und war es jetzt neu daran? Und wie ist dazu gekommen, dass ihr hier lebt? Ichara! Oh, dear Ichara! Oh, dear Ichara! Oh, she protected me when no one else would. She'd care for any of us. Dear, wonderful Ichara! I escaped to a grotto from Iberheim. Oh, a terrible place! Oh, I get the shivers just thinking about it. I begged her for asylum, and she agreed before I'd even finished my plea. Oh, dear, dear Ichara! Erzählt mir über Hibberheim. Ah! Storms of ice, torture, enslavement. Da müssen wir den Brunnen, glaub ich, irgendwann rausholen. Buddy! There is no worse hell. Hundreds of my brothers toil there still building the kings' mazes and prisons. Oh, I'm the only one who managed a way out. Oh, poor lost brothers. And that is just where they've taken her source, Santa. They've taken Ikara to that frigid abyss. Wo ist dieses Sibberheim? To me! Where you go then? Where you find her? Oh, good! Oh, wonderful! To the lake then, friend! The lake! It can be used for rift travel between this realm and that. That's where they took her. That's where you must go. Okay, und was wisst ihr über Ikara und Leandra? Why? I lived among them both for years. Leandra and I never quite took to one another, but Ikara is my, oh, my protector, my friend. Eine gute und eine schlechte Schwester, ja. Some years ago, a wizard came to join them here. Zandalore. He and Ikara fell in love, which drove Leandra to Betty, Betty, Betty! She stormed away and disappeared for two long years. As far as I know, she never said word one to her sister Horsan, the Lord during all that time. Naja, ich muss weg und ihr auch. Hier ist es nicht sicher. Ich werde mein Bestes tun. Oder mein schlechtestes. Die Fernbedienung kann ich auch in die Heimstätte schicken. Womit wir den Roboter manipuliert haben. Ich glaube, die falsche Abzweigung genommen. Aber hier ist wenigstens noch eine Truhe. Verursacht Vergiften bei Kontakt. Verursacht Vergiften bei Kontakt. Fähigkeitenbuch der gesegneten Erde. Das wollte ich eh noch lernen. Angriffswert um 30 verbessern. Ihhh, Fredermäuse. Sonst ist das der Weg hier hoch über die Brücke, wo wir lagen müssen. Und da oben ist wahrscheinlich der See, wo wir hin müssen. Oder die Wasserquelle. Och, noch eine Ader. So, am besten überlädst du dich jetzt noch. So. Am besten überlädst du dich jetzt noch. Bei Lana. Ach, noch 33.000 EP bis zum nächsten Level ab. Das sind ja nur noch, theoretisch, 30 Gegner. Das hört sich immer so viel an. Ich bin kein Freund der Hexe, ich bin ein Quellenjäger. Boss Hunter. Even worse than cauldron-stirring Scum. Won't rest until you see the world rid of the essence of the divine, will you? You say you are no friend to the witch. Yet like her, you would dare to obstruct the conduits purpose. Two rotten stalks upon the same plant, it seems, determined to spoil the roots. Wo habt ihr die weiße Hexe hingebracht? Might as well be the fifth dimension for all the good that information will do you. The mountains will sing and the rivers wail before the witch will be released. Und was tut ihr hier? Ich bin da mal weg. Nein, ich denke, Arterios ist ein superlieber Hund, der mich nicht fressen will. Arterios, attack! Ich fühle mich ein wenig ölverschmiert. Und brennt inzwischen. Ich bin da. Ich bin da. Hm. Boah, kostet das echt 7 AP? Ups, scheiß, der versucht zu schleichen. So, schützen wir Madora. Elementar-Observation. Autsch. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Nehmen wir alle mit. Ich glaube, ich muss das nochmal, also den Kampf nochmal laden. Scheiße, verzaubern, fehlgeschlagen. Gibt's doch nicht, ey. So, die liegen ja erstmal auf dem Boden. Kacke, ey. Ich hätte den Hund mehr aufhalten müssen. Hm. Oh, jebappah. Ne, den Kampf muss ich nochmal starten. Ja. Ja. Ja.